Yo Leute Willkommen zu heute auf einer Folge und heute spielen wir Shellshock live Alles klar Digger Danni Chesson auch warum nnen 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 Alles klar Alles klar Level 35 Wahrscheinlich So Leute ich glaube die meisten kennen schon was Shellshock live ist Leute Auf jeden Fall Wenn nicht dann schaut einfach bei danni Chesson vorbei NEVERLOADER DANNY! TESTER! Er wird mich so töten. Er wird mich so töten. Er wird mich sowas von töten, Digga. Äh, ich hab gar keinen gewinnen mit... Außer? Oh, warte, 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 warte. Ich glaub, ich glaub, das kommt an... Oh, f***! Er wird mich so töten. Wett, Leute! Moment mal, jetzt kommt's, jetzt kommt's. Er trifft mich, easy. Schaut jetzt. Komm, in mein Face, gib's mir! Gib's mir, gib's mir, gib's mir! In mein Face! Ja, war klar, Digga. Oh, f***! Leute, ich hoffe, das Spiel kommt gut bei euch an. Er wird jetzt... Nein, ich bin tot. Ich bin tot. Wenn er jetzt trifft, ich bin tot. Ja. Ach, zieh ich weg. F***! Sorry. Ja! Ich bin mir so töten. Oh, sorry. Ha! oh ich muss ja nur nach vorne fahren und ich bin tot auf jeden Fall bin ich jetzt tot wow wow Leute wow wow Leute ich beginne direkt zu spielen ich sterbe wieso ja Level 32 warte ja nur neun Stunden lang dann komm wieder das Bastard rein weg mit dir man ne 2 da könnte mal bitte auch jemand reinkommen ist ja nur so dass ich echt lange warte 3 er wurde permanent gebannt man Motaris tut mir lein